hey leute und willkommen bei einer hgames runde und zwar mit ganz ganz vielen spieler unter anderem auch dem schnucki hier drüben ich bin hier neben mir guck mal nach links und das ganze ist ein event fight minecraft bucket wurde bei video von ihm angekündigt jetzt haben wir eine halbe schon erwartet und so dass man eine dreiviertel stil im endeffekt ja okay wenn die fähler die sterben aber es hat aber geklappt immerhin und wir sehen einen spieler es noch besser ich habe ein bisschen panik dass die jetzt hier im anfang enthält werden wo wo sind die anderen check-in wirste ich sehe du kommst der gelingten werden die hins hier habe ich beide ich kann mich beidemst ins blickfeld die klickte die sich einigen die direkt die E yhden die links balk die schwarze schleicht ich bin auch nicht möglich zu sprechen wo ich stet die tippe 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 er haben volle schreste müssen nämlich was mit dem stress ist dass ich er mit über den Kistenstehen wieder nichts bekomme weil zu wohl weg ja ich auch manu wo ist es geht sich nicht ein typisches ist so schön ist es schlecht wäre ich auch nicht sicher dass er klug an oder ich bin damit zu gehen wir bei mir raus also kommt ihr darüber ja zwar wie gehen bei dir aus nachdem ist Luke hier hallo das beginnt sich ja wo ich hinschaue da hat es ein Ausgang in der Hühne wo du ihn guckst hinter mich einfach hinter mich sie sind ja durch diese Höhlen Dings ja da gehen wir rein also um ein Sohn hier lang hier 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 ja die durch den Hölleingang hinter dir ist klar ja eben er gehen wir in die Mitte ja 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 wir gehen in die Mitte ja das ist ja eh Grazieperiode Grazieperiode ok Grazieperiode so voll dumm wenn hier keine wär und dann äh fällst du da in der Mitte unten rein in das Wasser Eisenschwert Holzwert ich hab immer ein Holzschwert ich kann den Holzschwert geben ich kann den Holzschwert geben ja 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 warte dann komm aber lass mich jetzt noch nicht durch boah äh wo lol hier hier auf die Holzbrücke ok ey ich hab ein Holzschwert hier auf die Holzbrücke ok hier auf die Holzbrücke komm ja wir sind also wir beides zusammen ja ich bin hinter euch ok ok ja ich geb Fabian noch schnell ein Holzschwert ok hier 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 Achtung es ist gefährlich es sind ganz viele Schlaumeier hinter uns komm hauen wir erstmal ab ok 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 ich hab mich beruhigt ich will nur nicht am Anfang sterben am Schluss ist er denn so so greifende jetzt denken ich hab auch zwei Enderperlen er hat es sollen sollen nennt sich das er war ausräumen das nennt sich schnell ausräumen zwei Enderperlen da das nicht mehr zwei ist ne ja ey warte jetzt sollte am besten hören wir auch jetzt auf rumzurennen ok ich renne schon gar nicht mehr ich hab aber eh einste ein ungebratenes Steak der Osterhändler läuft die Graziperiose noch die Graziperiose läuft auf alle wieso sag ich Osterhändler das klingt ja los denn ne wie heißt das hier da gibt's doch Stonehedge heißt das Stonehedge dieses die Kiste muss doch Kiste sein die ist vorbei sie ist vorbei ok jetzt geht's los nein das ist so ne komische Plattform zählen wir mal einzuschwert ja heißt das übrige Stonehedge das sieht nämlich aus boah die Blitze ja das sieht nämlich aus wie Stonehedge das ist so ein so ein Gebäude oder so ein Gebilde von Stein Ziegeln kreisen ich gucke immer schön nach hinten um uns den Arsch freizuhalten ja da ist jemand da läuft jemand da läuft jemand soll ich den killen kannst du gehen Luke hast du für ein Schwert ich hab mir mal ein paar Pilze mit ja holz komm wir holen uns seinen Helm oh der holzschwert Luke pass auf der hat ein Eisenhelm der könnte dich eventuell slain holzschwert nehme ich auch ne das sagt der nachdem er drei Sekunden später starb schlag ihm Achtung äh passt einfach auf ich hab jetzt gerade Angst um euer Leben man darf keine Pilze abbauen echt nicht nö Luke Luke was ist das auch Luke nein nein es war so klar es war so klar es war so klar es war so klar ehrlich wenn man nichts versucht kann man auch nicht gewinnen hallo wenn man nichts versucht kann man auch nicht sterben ja dann kann man auch nicht sterben und auch nicht gewinnen ist der noch auf dem Baum drauf der Typ ich hab auch schon keine Ahnung komm gehen wir hier lang erstmal Menno jetzt hab ich Hunger ey Luke du bist echt hihihihihi ey da hinten ist einer da hinten ist einer ich nehm einfach Weiß da kommt er da kommt er da kommt er wie heißt er Guanky ne Guanky oder Mr. Neo ich nehm Mr. Neo ich nehm Guanky oder wie der heißt er hat ein Eisenschwert OOOOOO ich hab ich hab ein Eisenschwert hä wo ist er hin LOL LOL ja du hast ihn jetzt kaputt ich hab ein Eisenschwert LOL hier hin hier hin komm guck mal da ist einer 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 hier mit Rüstung hau ihn kaputt mach ich mach ich mach ich mach ich ja er ist tot ja Doppelkill Hallo wow bist du mitten in der Aufnahme hey 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 check komm mit komm mit komm mit komm mit ja checky checky ja ist ja gut und läuft gut bei euch ja Luke ist gestorben wie so ein wahnsinniger Terrorist nur ohne dass er einen mitgenommen hat oh ok erstmal nehmen wir hier sein Schwert wenn man ihn besucht kann man auch nicht gewinnen dein Schwert ich war Schwert los ja jetzt gib mal was zu essen auch vielleicht weil ich hab nur 5 Herzen ja ich hab auch nicht irgendwie hier hast du hier hast du Rüstungsdingens und Rüstungsdingens und brauch ich nicht brauch ich nicht will ich nicht aha was mach ich eigentlich hm ok ich würd sagen wir suchen Essen oder äh wie viel Hunger hast du äh ich hab jetzt 6 aber also 4 ach komm es sneak mal sneak mal ah da hinten ist einer ey der ist echt unglaublich da ist jemand wer ist das schaffen die den komm den holen wir uns ja wiii den holen wir geh drauf das ist der Globemeister ist doch der OP Master oder ne der Owner der ist der Owner der Besitzer hier vom Server glaube ich oder ich bin aus der Welt gefallen und könnte jetzt der Speck angeben und zwar ich hab den Besitzer getötet der hatte aber keine Items schade ich brauch unbedingt immerhin haben wir eine gute Tat gemacht ne wir haben den Besitzer getötet das kann nur gut sein ne ne wir brauchen aber unbedingt was zu essen komm erstmal an den Rand dann fühl ich mich sicherer ja warte mal ich renne lieber nicht oder auf den Baum rauf ich versteh die ganze Zeit so komm erstmal an den Rand ey komm mal komm mal komm mal ja das hab ich auch grad verstanden ich wollte immer schon mein Mikrofon wieder aktivieren und nein lieber nicht ich hab hab ich immer wieder ok die haben doch bestimmt gesagt komme statt komme ja ich versteh das aber auch total so da hast du den Fisch auf den Baum rauf ne den krieg ich nicht den krieg ich nicht ich hab ihn oh jetzt komm auf den Boden wollen wir uns mit dem Fisch n äh den 1 ey siehst du die Spieler sind Spieler ich geh mal auf dem rauf auf dem rauf äh ja ich ey ein Baby Ozzylot oh wie süß Spieler 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 muss Hütten muss Hütten ich teste hier einfach das Jump'n'roll ich hoffe der hat ja ich hoffe der hat Dingsons ähm äh essen weil ich bin gleich sonst äh out of food und dann ist nicht so gut er sieht mich nicht aber ah sieht's ach ich mach mich mal hart ach ich mach mich mal hart Jump'n'roll ist nicht so gut ich kann reimen wie Tapetenkleister das war aber kein Reim ich hab ein Eisenschwert ich hab ein Eisenschwert hast du ja das bringt mir nichts äh ich mein ein Eisenhelm sorry ja dann gib mal das ist fast das gleiche ey das ist fast das gleiche ey und noch ein Fisch für dich das ist ein Lederhelm das ist kein Geruch ist mir egal aber ich hab einen Eisenhelm oah ja freust du dich für mich ey du hast alles was du hast durch mich sei mal ein bisschen dankbar ja ey guck mal noch 29 Spieler aber weißt du was wir brauchen unbedingt was zu essen ich kann hier auch keine Pilze abbauen das ist voll die scheiße dass man keine Pilze abbauen kann nein gehen wir erstmal auf Spielersuche ok gehen wir erstmal auf Essenssuche ich beweg' in die ganze Zeit dieses Haar Jump'n'Run of Heart weil ich hab nur fünf Herzen das ist übelst öde nochmals sagen das auf 9% wenn du weißt du ja ich hab auch 6% weil du diese Blitzel was bei 100 Menschen fast nicht störend ist ne ja fick dich Donner ey keine bösen Wörter ja ich kann jetzt auch ich kenne die Wortlaut ich kenne die ich kenne die ja Globemaster das ist wirklich der Sarah ja ich weiß ich fühl mich gerade böse ich fühl mich schuldig oh ich fühl mich schwarz in der Seele oh schwarz ist keine Farbe ich find's auch geil wie random das alles hier ist einfach Luke erstmal random stirbt ja und dann hier random Gomme reinkommt das ist schon geil genau ich bin grad wie rauf gekommen ich bin Sarah ja du hast doch voll Glück wir probieren das 20 Minuten lang ja das ist voll unfair vorhin auch ich so komm mal Server komm schnell rauf schnell rauf er so probier jetzt einmal oh 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 wir sollen vielleicht zusammen bleiben ja ja und dann du ist Ronik du hast doch dann eigentlich fünf ne nicht länger äh locker 10 bis 15 Minuten probiert und kamst nie rauf ne und dann hab ich gesagt probier doch einfach mal auf gut Glück und was macht er auf gut Glück probiert und zack hat's geschafft ne ich hab das 20 mal ausprobiert ne weil wir müssen da sein Leute einfach nur im guten Willen hier den Server beitreten Knopf drücken dann schafft ihr das schon was ist das hier da ist nix ne in dem Gebilde er würde zum Grillen naja oh was 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 hier hinten ist ein Ding der random Faktor wurde gerade um 20% erhöht durch Gommes Bruch so 4% In-Game Sound das muss reichen er kommt immer er aber nicht zu laut oder einer nackten Skin mit einem Penis dran super toll wo bist du hey Kiste 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 nein wo ich bin wo ich bin ich bin da bei du nein ich bin ich bin ich bin ich bin wollen wir aufm Barm aufgehen wollen wir lieber Spieler können wir für euch verhungern ja schlicht ja aber ich darf da aufm Barm aufgehen um Spieler zu finden und zück dein Eisenschapp mal komm Scheißer Überraschungseffekt hast du aber noch volles Leben oder ne ich hab 5 Herzen das ist das Problem ja dann lauf nicht voraus ah warum läuft mir den nackten Typ die ganze Tüte her bleib einfach hinter er mag dich bleib einfach hinter mir äh Fabio und schau auch mal hinter uns nach ach Gott schon ja ich kann ja nicht mal mal sprinten komm komm schau nicht auf Spiele auf ja ich kann kein Sprinten ich hab nur noch zwei Hungerbalken ah es bringt es bringt uns nichts wenn wir Blitze gucken weil die kommen erst nach 5 Spielern verbleibend oder meinst du wenn Spieler getötet werden die Blitze nein die Spieler die kommen doch schon ich dachte das sind die Blitze wenn sie getötet werden das spielt doch keine Rolle weil immer beim Tötungsort es muss ja immer auch Teil von sein ist ja egal ja klar komm schaust du mir gerade zu oder so oder ja ich schau dir zu ich seh dich gar nicht wo bist du ja ich werde wahrscheinlich gleich sterben hä nein ich seh dich was kann man bekommen wenn man ozelote gilt nix ozelote nix oder außer EP vielleicht ok da hinten Schwein habe ich ein Schwein gesehen das ist ja irgendwann auch da ein Schwein ist ja unglaublich gut ich hoffe mal dass er nicht mehr da ist ey man kriegt ja wirklich gar nichts zu essen so gesehen wo bist du ach da hinten nein da ist er wieder nein der Mondscheinchen bekommt echt nichts zu essen so naja das Spiel geläftet ja gehen wir erstmal gehen ja auch einen Hügel raufen sehen jetzt vielleicht mehr Spieler ja dann bin ich tot also ich bin jetzt gleich tot so du kannst doch nicht ganz runter hungern oder ja sicher ich werde jetzt ein Leben verlieren aber wirst du ganz sterben ne Moment ich sterbe gar nicht ganz was ist denn das schon ein Hungergame was ist denn das schon ein Hungergame so da hatte ich auch kein Hungerding und ich habe kein Leben verloren wo bist du denn wo bist du hey 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 ach da ähm hier lang geht's auf den Baum rauf schon mal ich hab Angst vor den Höhen also eigentlich ist Höhenangst ja blöd weil es ist ja eigentlich Hey da ist ne Brücke es ist eigentlich die Fallangst also die Angst vorm Fall und nicht die Angst vor der Höhe weil wer fühlt sich vor 78 cm das ist ja nicht wirklich angstentflößend ja die Zahl an sich oder die Angabe oder wieso machen Enten kein Echo ey da ist da oben glaub ich ne Kuh ne Kuh ne Kuh ne Kuh ne Fleisch so wiederhol ich alles 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 nein so ok der Ton war lang genug Bananenpampe ja dafür kriegt man irgendwie was extra statt auf dem Schild wofür? Bananenpampe? ja für Bananenpampe in den Chat schreiben ich weiß nicht was man extra bekommt oh da oben mal nen Blitz da kommt man 50.000 ja man wo war die Kuh? es leben auch gar nicht mehr so viele bei euch kann sein ey es leben noch elf Leute ja ja richtig wenig hier oben war nämlich noch ein Blitz ah hier hier bei der Brücke da oben war ein Blitz da wo ich hinschlag aber geh nicht voraus ja geh nicht wo bist du? hier links von dir wo ist die Kuh hin? ich weiß es nicht die war irgendwie tot doch Mano noch auf einmal 13 Spieler noch ich sehe die Kuh wieder ok das Comeback der Kuh Luke ja genau die Comeback der Kuh Nummer 6 die Kuh Mut immer noch ja seht mir falsch geben ja krieg ich auch ein Stückchen hier nur eins geben nein ey die Kuh hat eine Drop Chance ja eins bis drei ey hat die Kuh eine Drop Chance und dann kriegt man nur eins ey wenn man es gerade braucht das Ganze und dann kann du